Ach sooo, ja! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Warhammer Vermintide 2. In der heutigen Folge aktivieren wir das Skittertor, durch das wir zu dem Endboss gelangen. Mal sehen, was der Endboss so zu bieten hat. Das Ganze habe ich mit GameTolic aufgenommen und wünsche euch viel gute Unterhaltung. Los geht's. Ich glaube, das ist die Stelle, wo dieser Teleporter von denen ist, wo die herkommen. Genau, das ist am Anfang, oder? Wir müssen den wahrscheinlich schließen oder so. Irgendwie sowas. Ach du Scheiße, was ist denn hier? Kaputt hier, ey. Hier ist ein Buch! Ich nehme ein Buch mit. Egal, scheiß drauf. Das geht sehr gut. Guck mal, der Zwerg wusste genau, wo man suchen muss. Hm. Okay. Ja, das ist, glaube ich, die Stelle am Anfang. Ja, ja. Wenn du dieses Intro spielst. Wo man gefangen ist, ne? Ja, ich glaube wohl. Oh. Festchen. Festchen. Ein Festchen Kaffee? Oh ja. Komm her! Achso. Ne, warte. Diesen Fass hast du hier hingeschmissen, ne? Ups. Dieses Fass. Hä, wir wurden verflucht. Was? Wieso wurden wir verflucht? Verfluchte Scheiße hier. Hä, wir wurden verflucht. 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 Vielleicht, wenn wir auf Veteran machen, wird unser Leben... Du hast dich etwas abgehackt angehört. Achso. Ähm. Hm. Vielleicht, wenn wir auf Veteran machen, wird das... Äh, wird unser Leben weniger. Ja. Hoffentlich nicht, ey. Und halt heftige Gegner. Ich hab jetzt schon Probleme mit zu überleben. Und bei den normalen Ratten, ey. Ja. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Irgendwo ist ein Geheimagent. NSA. Oh, oh. Ist unterwegs. Wo ist denn der? Da, da, da. Der kommt, der kommt. Ah, ja, ja, ja. Wow. Hast du gesehen, wie schnell der ist? Superman oder was? Hä? Wo ist denn der? Waren wir den jetzt erwischt, oder? Äh, ne, ich glaub... Ich hör die ganze Zeit hier irgendwas. Scheiß. Scheiß. Oh, man. Naja. Hauptsache... Der ist nicht mehr da. Da ist ein Gunner. Was sind das für Steine hier? Aha. Ich hab ein Buch. Irgendwo ist hier so ein Gastyp. Ey, mein Leben ist weggegangen. Meins auch? Hallo? Ey, das... Als ich das... Als ich das Buch genommen hab. Glaub ich. Ah. Ich glaub, das ist eben das Problem, wenn wir die Bücher nehmen. Gott kacki. Aber egal, es sind zwei Bücher. Ich muss die Bücher mitnehmen. Zwei weiße Bücher. Ich... Ich bin zu geizig. Ich muss... Mhm. Ich muss die Bücher mitnehmen. Ja. Ich hab's auch mitgenommen. Aktivieren. Ah, wir müssen das Tor aktivieren. Bissen wir das aktivieren? Wieso? Guck mal. Wow. Wow. Geil. Ja, du musst mich stören. Quer das Tor. Okay. Wow. Aber wir müssen da durch. Geil. Neues Level oder was? Wahrscheinlich in so eine komische Welt. Vielleicht bekommen... Oder vielleicht bekommen wir neue Maps oder so. Kann ich auch sagen. Vielleicht. Das wär cool. Mhm. Und ich vergesse jedes Mal, die Bomben zu aktivieren. Was ist das hell? Meine Augen! Meine Augen! Meine Augen! Was kommen wir in diese Welt? Was ist das hell? Wow. Wow. Is das die Hölle? Cool. Hm. Oder die an Arktis. Ich glaub, das ist wirklich eine neue... Eine neue Welt, oder? Könnte wirklich sein. Hm. Aber find ich cool. Kommt hier, ihr Ratten. Jetzt sind wir im Winter. Hm. Hier kommen die her, die Viecher, glaub ich. Vielleicht... Vielleicht... Erst waren wir in der Welt der Chaos Typen, und jetzt sind wir in der Welt der Ratten. Hm. Oder andersrum. Oder andersrum, ja. Man, ja, obwohl... Das sind auch noch Ratten. Ah! Ach, keine Ahnung. Eine heißt Vektor. Hm. Äh, müssen wir hier runter. Sieht so aus. Ey, guck mal. Müssen wir hier noch was finden? So ein Hebel, ne? Ja, ja, ja. Aha. Finde den... Skitter... Tor... Schlüsselstab. Okay. Neck-wick. 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 Gelange zum Südtor. Oh-oh. Was? 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 Er hat mich gefangen! Ich wusste es. Er kommt immer hinter mir, irgendwie. Uh! Hey! Hier ist Munition und so ein... Äh, so ein violettes Getränk. Aber... Ich glaub, das braucht keiner. Ich kann irgendwie keine Sachen mehr nehmen. Ich hab mein Buch dabei die ganze Zeit. Ich auch. Mein Buch. Was war das? Ich hör irgendwas... Teleportieren. Was? Ja, das war... Ja, das war so klar. Typischer. Weißt du... Bevor ich kurz davor bin, äh, auf Abzug zu drücken... Äh, saugt er mich dann auf. Ja. Jedes Mal. Kuckuck. Hier bin ich. Ich werde nicht. Ich kenne die Kräufe. Was ist eine Kräufe? Ich kann nicht die Kräufe gegenwärts! Notzone, die Kräufe! Das ist eine Kräufe! Wassing ist es eine Kräufe! Das ist eine Kräufe! Das ist eine Kräufe! Die Kräufe! Was ist ein Kräufe! Du hast die Kräufe! Kannst du das zu holen? Riesenfähig. Ja, ich habe eine Granate. Wow. Ich bin voll heftig runtergeflogen. Ich kann euch nicht mehr helfen. Warte, warte, warte. Scheiße. Scheiße, ich sitze in der Falle. Es kommt so eine ganze Armee auf mich zu. Ich versuche ihn abzuknallen. Also ich kann euch nicht mehr retten. Oder helfen. Ah, jetzt kannst du ihn attackieren. Stimmt, ja. Aber jetzt eine ganze Armee von... Ja, der ist gleich tot. Ich weiß nicht, habe ich ihn gekillt. Ich glaube, ich habe ihn sogar gekillt. Ich bin fast tot. Mein Gott. Ja, ich habe nur noch... Also ich halte nur noch einen Schlag aus und dann bin ich tot. Ich auch. Boah, der Typ war... schon ordentlich. Aber ich muss sagen, ich habe vorher dieses gelbe Getränk da genommen. Ne, das blaue. Da war ich schnell. Konnte ich schnell... Ja, das ist geil. Viele Hiebe machen. Finde ich cool. Das ist cool. Gelange zum Südtor. Das ist alles eingefroren, ey. Die sind echt voll die Wikinger, ne? Ja. Diese Typen. Oh, noch ein Buch. Noch ein Buch. Das ist gut. Das sind wirklich Wikinger, weil die haben hier so voll die Schiffe. Hm. Ja, man muss gucken. Kiste. Oh, Würfel. Äh, irgendwo... Oh, oh. Irgendwo ist ein... Möichel-Läber. Ja, natürlich. Ich werde getötet. Na ja, klar. Danke. Ich bin fast tot. Immer wenn ich, äh... Also, ich habe ja jetzt fast kein Leben, ne? Und wenn ich dann in der Nähe der Gegner bin, dann höre ich immer meinen Herzschlag. Ich habe ein Getränk bekommen. Ich bin tot. Könnt ihr mir helfen? Da ist ein Riesen, äh, Typ. Ich komme. Da ist ein Riesen-Soldat. Ich habe den ordentlich, äh, in den Kopf gehauen. Das Problem ist, die sind jetzt alle schon runtergelaufen. Scheiße. Wir können nicht hoch. Weißt du, was das Lustige ist? Das Buch liegt jetzt da. Ich habe das Buch verloren. Wir können nichts zu dir. Ja, das ist ein bisschen blöd gelaufen. Hm? Alter, ich habe... Alter, Schwede. Ich habe gerade meine Superfähigkeit aktiviert. Bin hinter den Ritter gegangen. Ein Schlag und er war tot. Okay. Geil, wo? Ja. Alter, Schwede, das war geil. Oh, Mann. Also, wir können dich gleich freilassen. Also, da, wo ich liege, da ist dieser Hebel. Okay. Vorsicht, Mäuschenmörder. Mäuschenmörder. Nicht nur das, ein Gana auch noch. Okay. Wir kommen zu dir. Hm. Wir kommen. Ja, wenn ich mein Buch verliere, ist das echt blöd. Dieses weiße? Nee, ich glaube, das normale. Das rote. Ich glaube, ich glaube, ich habe den Skittetor-Schlüssel auf. Okay. Wo ist das Ding? Ah, ich bin wieder da. Das ist hier vorne. Ah, okay. Habe ich den jetzt genommen? Oh, oh, jetzt komme ich schon was Böses. Ey, ich habe mein Buch wirklich verloren, ne? Ey, guck mal, wer da kommt. Das ist ein Schade. Fisch, die ganze Zeit auf dem Kopf. Wow. Wow. Ey. Er sollte sich mit so einem Fisch fahren. Aha. Geil. Alter schön. Und der saugt mich natürlich auf. Oh, der ist gleich tot. Und ich auch. Okay, ich auch. Ich bin tot. Scheiße. Ah, ich werde... Ich werde aufgesaugt. Nee. Einer von uns lebt noch. Ah, nee, zwei. Boah, das war knapp, ey. Schnell, halt mich. Ja, der ist tot. Der ist tot. Schnell. Boah, das war aber richtig knapp, ey. Boah, hier war noch so ein Gas-Typ. Ey, das war wirklich knapp, ne? Oh, ja. Scheiße, muss uns nicht. Das war knappe Scheiße, ey. Aufpassen. Ja, heilu. Puh. Ich muss mich heilen. Ich kann mich leider nicht heilen. Oh, ich habe einen Drang wiederbekommen. schon zweimal. Nette Jungs. Hier ist ein Drang. Kann ich auch nicht nehmen. Äh, die hat wieder irgendwas gefunden hier. Ja, hier war so ein violetter Drang. Ah, hier ist eine Bombe. Munition. Ach, du Scheiße. Kommen sie eine ganze Armee wieder. Oh, hier ist ein. Okay, ich habe Peilung gefunden. Seid ihr schon weiter vorgelaufen? Äh, ach so, ne, ihr seid oben. Okay. Ich bin gleich bei euch. Bist du überhaupt hier lang? Ah, doch. Warte jetzt. Ich sehe dich da kämpfen. Ich schieße auf dich. Von unten. Ich konnte nur ihre Köpfe sehen. Oh, hier ist wieder so ein Lisen-Soldat. Okay, warte. Dann komme ich. Boah, ich habe... Ich habe ihn gekehlt. Ja, ich habe ihn. Nee, ich hatte ihn. Aber ich glaube, mein Gesicht war oben. Da war mein Symbol dran. Vorsicht, hier ist ein Assassin. So ein Mäuche. Hey, hier ist so ein Heilungszeug, ne? Jo. Ähm, soll ich benutzen? Ja, nimm mal. Ich habe nämlich eins schon. Und ein Zauberer ist hier. Ich bin fast tot. Ich muss mich schnell heilen. Oh, Kiste. Und? War da was Schönes drin? Äh, Luft. Nur Luft. Kein Würfel. Hier ist wieder so ein Doppel-Achst-Typ. Oh, die hasse ich. Ah, ne, die sind okay. Mit den zwei Ächsen mag ich nicht. Die sind so schnell. Oder? War das nicht einer mit zwei Ächsen? Nee, mit Doppel-Achst war das. Ach so. Ach du Scheiße. Wie viele hier sind, ey? Alles weg. Hier ist noch so ein Verbandszeug. Ja, hier war so ein Zauberer. Das Lustige ist, irgendwie ist das immer so, wenn du, bevor du schießt, hat er dich eingesaut. Ja, 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 ja. Das ist immer das Gleiche. Ich muss mich heilen. Ich wollte jetzt wieder, weißt du, ich gucke den an, will schießen, aber dann ist es schon zu spät. Hm. Okay. Aber mit so wenig Leben ist das schon ein bisschen doof. Ich habe auch nur noch die Hälfte von der Hälfte, weil ich ja verzaubert bin. Ich kann dich heilen. Nee, lass mal. Heb dir das noch auf. Für später. Ich habe noch so ein Verbandszeug. Aktiviere das Glittertor. Also gehen wir dazu. Sabotiere Die Generatoren. Guck mal. Wir müssen die Generatoren kaputt machen. Aber die werden wahrscheinlich bewacht. Oh, ja. Oder? Ach so, einfach nur kaputt machen. Okay. Okay. Oh, nein. Scheiße. Ja, ich stand gerade davor. Oh. Ich bin mal gespannt, was gleich noch kommt. Wahrscheinlich nichts Gutes. Das kann nicht das Ende sein. Oh, oh. Ja. Natürlich. Da kommen immer wieder welche. Entkommen wir durch das Gittertor. Okay, wir müssen gerade aus. Scheiße. Da kommen immer wieder welche von hinten. Hier ist ein Trank. Nimm mal den Trank hier. Jo. Jo. Okay. Ach so. Oder ich nehme die Heilung. Warte. Ich kann sogar Munition hier aufsammeln. Das ist gut. Okay. So. Also müssen wir wieder in die, in unsere Welt. Okay. Das ist irgendwie so eine Zwischenwelt hier, ne? Hä? Ach so. Piu. Das ist schon. Ich wurde gerade aufgehalten, ey. Von den Viechern. So. Jetzt kommen wieder wahrscheinlich nicht so ein Boss, oder? Stimmt. Ich muss mich eben heilen. So. Ach so, bist du noch da drin? Ja, ich bin wieder da. Töte. Töte. Was? Rastknitte? Ja, das ist die Ratte da. Oh oh. Der ist der Endboss. Ja. Aber wer weiß, vielleicht hat er ja was drauf. Ey, guck mal, da ist ein Typ von dem. Ach so. Oh, ja. Ach du Kacke. Ja. Hätte ich mal lieber nichts gesagt. Ha. Ha ha ha. Ah. Wow. Wow. Ah, der hat die Hälfte schon mal. Das ist lustig, das ist nur sein Haustier, wa? Oh ja. Ich hab keine Munition mehr. Ich auch nicht. Ach, jetzt kommen noch seine kleinen Ratten hier. Scheiß, ich bin tot. Der Zwerg auch. Juhu. Also schnell, wir müssen den einen Typen irgendwie retten. Ja, warte. Warte. Okay. Oh, das ist schief. Ach du Scheiß. Oh, was? Oh, ich hab keine Munition mehr. Ich bin fast tot. Ich auch. Wo ist der Kerl? Okay. Oh! Was ist denn der? Der hat sich direkt teleportiert, oder? Könnte sein. Ja. Wir müssen die ganze Zeit auch viel draufhauen, dann kann ich mich zaubern. Oh, ich war fast tot. Scheiße. Warte mal, ich hab noch ne... Nein! Warte, ich hab noch ne Granate. Wurde ausgeschmissen dort. Was ist denn der? Äh, jetzt hat er sich weg teleportiert. Die Sohn. Mein Gott. Aber das Gute ist, sein... seine komische Attacke... Oh, ich heile den Typen. Oh, schnell, schnell, schnell. Okay. Nein! Wird getötet. Ah, ich bin auch tot. Scheiße. Ja, 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 komm. Komm, 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 komm. Okay. Ich bin geheilt. Du musst mich irgendwie retten. Wo ist der Kerl? Ich wollte den Gnadenstoß. Ich kann... Wo ist denn der? Wo ist der? Hat er sich versteckt? Tot. Würfel! Hier sind Würfel. Ey! Ich hab keine einzigen bekommen. Mann. Voll unfair. Okay. Entkommen zur Hebelplattform. Okay. Lauf! Lauf! Oh, ich bin fast tot. Boah, ich bin so langsam, ey. Ich auch. Äh, ich kann meine Fähigkeit nicht mehr einsetzen. Irgendwie. Fähigkeit. Ah, wir sind ja fast da. Passt schon. Okay. Ich warte auf euch. Schnell! Ey, Kuppe, was macht der da? Schnell! Das ist so knapp. Ich hab keine Munition. Nix mehr. Und ich hab, äh, 0,1% Leben oder so. Haha, ich auch. Nicht, dass die gleich hier von oben springen oder so. Einschlagen und ich bin weg. Ich glaub, die kommen gleich hier hoch. Hä? Ah, guck mal. Geht weiter. Wow. Hebelplattform. Okay. Wow, was ist das denn? Stürzt alles ein hier. Eine fliegende Insel oder was? Äh, wir haben's geschafft. Geil. Guck mal, also. Haben wir endlich alle Missionen auf Recruit geschafft. Puh. Ja. Akt 4. Oder kommt da noch was? Vielleicht. Wer weiß, wer weiß. Man weiß es nicht. Ich hoffe, es hat dir soweit gefallen. Vergiss nicht, dieses Video zu bewerten. Konstruktive Kritik ist sehr erwünscht. Oder Vorschläge kannst du gerne unten in die Kommentare schreiben. Falls dir gefallen hat und du weitere Displays von mir sehen möchtest, dann abonniere doch einfach meinen Kanal. Wenn du mich bereits abonniert hast, vergiss nicht die Glocke bei YouTube zu aktivieren. Es kann sein, dass du manche Videos dann verpassen könntest. Oder wenn du im Livestream zuschauen möchtest, kannst du mir gerne auf Twitch folgen. Der Link zu meinem Twitch-Kanal ist unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche allen einen schönen Tag und hoffentlich sehen wir uns im nächsten Video. Ciao Leute.